Servus meine Lieben, willkommen bei Big Web, oder willkommen zurück. Es gibt, wie ihr hier lesen könnt, Breaking News hier, da könnt ihr es lesen. Und zwar wird es ab nächstes Jahr einen Podcast geben. Und den werden der Snooki und ich zusammen machen. Im Podcast, der soll es um allerlei Themen gehen. Jede Woche ein neues Hauptthema, über das wir reden. Wir wollen, dass ihr uns noch besser kennenlernt. Wir wollen euch ein bisschen Einblick in unser Privatleben geben. Wir wollen euch Expertisen geben mit 40 Jahren Lebenserfahrung. Glaube ich, kann ich zu vielen Themen vielleicht dem einen oder anderen Tipps geben. Hilfestellungen geben und so weiter. Wir wollen auch, dass ihr als Community da mit reinwachsen dabei seid. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, Themenvorschläge zu machen. Was interessiert euch? Dazu haben der Snooki und ich jeweils auf unseren Discord-Servern extra Channels erstellt. Nur für Podcasts. Kommt gerne auf den Discord-Server, schaut es euch an. Seid Teil der Community, seid dabei. Den Discord-Server verlinke ich in der Videobeschreibung. Genauso verlinke ich mein Twitch. Und mein Instagram, alles wird verlinkt. Schaut da rein, bleibt auf dem Laufenden. Wann die erste Folge kommt, kommt noch rechtzeitig die Ankündigung. Irgendwann jetzt Anfang Januar geht es los. Sobald. Also so schnell as possible. Das erste Hauptthema will ich jetzt auch noch gar nicht sagen. Ist schon bekannt. Ne, ich glaube nicht. Deshalb warte ich noch. Wie gesagt, kommt auf den Discord, seid teil. Macht da mit, kommt vorbei. Genauso kommt auf Twitch vorbei auch nochmal Breaking News. Am 7. Januar werde ich einen 12-Stunden-Stream machen. Das heißt, am 7. Januar starte ich um 12 Uhr bis 12 Uhr nachts. Also 12 Uhr Mittag bis 12 Uhr nachts. Da wird es allerlei Gaming geben von Fortnite über Horrorspiele. Es wird ein Streamer-Interview stattfinden, die ihr bei mir auf dem Kanal auch schon gesehen habt. Also es gibt einiges an Content. Schaut da gerne mal rein. Diejenigen, die vielleicht auch nur auf YouTube unterwegs sind und selten auf Twitch. Ich denke mal in 12 Stunden hat man vielleicht die Möglichkeit mal reinzugucken. Dann seht ihr mich live. Wird mit Sicherheit lustig. Schaut da gerne rein. Ich würde mich freuen. Ansonsten mit meinem frohen Weihnachts- und Statistik-Video habe ich glaube ich alles gesagt. Soweit nochmal der Hinweis 2024. Jetzt weiter mit YouTube. Wir werden drei Videos die Woche haben. Plus, minus eins. Je nachdem. Und was wichtig ist, dieser Podcast wird als Video-Podcast aufgenommen. Und erstmal nur auf YouTube veröffentlicht. Also auf meinem YouTube-Kanal oder auf dem YouTube-Kanal von Snooki. Also beide. Und wenn das ganze Ding dann irgendwann mal läuft. Und es sollte gut ankommen. Dann wird es vielleicht auch irgendwann neue Möglichkeiten geben, den zu hören. Also gebt dem eine Chance. Schaut da rein. Seid dabei. Haltet euch auf dem Laufenden. Kommt auf Discord. Kommt auf Twitch. Und schaut auch gerne mal beim Snooki vorbei. Der hat auch auf seinem YouTube-Kanal. Und würde ich sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich fand's. Ich finde. Es war wichtig, euch das zu sagen. Ich hoffe, es euch gefällt. Und dann würde ich sagen. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis dann. Bye-bye.